Carlo Ancelotti als Erster und dann einer nach dem anderen. Der FC Bayern im Champions-League-Modus. Abflug in Richtung Eindhoven. Im Idealfall kann dort schon der Achtelfinaleinzug perfekt gemacht werden. Das Ziel ist, das Spiel zu gewinnen. Dass wir die Möglichkeit dann haben, beim Spiel gegen Atletico eben noch Gruppenerster zu werden. Zweite Plätze mögen sie beim FC Bayern nämlich gar nicht. Der Gruppensieg bleibt das Ziel. Um die theoretische Chance zu haben, müssen wir jetzt erstmal die zwei Auswärtsspiele, die wir haben, auch gewinnen. Weil ich gehe davon aus, dass Atletico Madrid jetzt beide Spiele mal gewinnen wird. Zuhause Rostov und dann Eindhoven zuhause. Und dann wäre es schön, wenn wir noch ein Endspiel hier in München hinkriegen würden. Aber wie gesagt, das liegt auch zum Teil natürlich an uns. Da müssen wir jetzt erstmal die nächsten zwei Auswärtsspiele auch so gestalten, dass wir die Chance noch haben. Gut, dass die Formkurve des Rekordmeisters wieder deutlich nach oben zeigt. Das Zwischentief überstanden. Wir haben kritisiert nach dem Frankfurtsspiel, dass die Einstellung nicht gut war. Und die hat die Mannschaft dann eigentlich mit dem Spiel Eindhoven, aber auch den Bundesligaspielen und DFB-Pokalspielen, die danach gekommen sind, richtigerweise korrigiert. Ich glaube, das galt es auch zu korrigieren. Und jetzt sieht man, mit welcher Qualität dann auch wieder Fußball gespielt wird. Wir müssen nur weitermachen da. Wir haben jetzt, denke ich, die letzten Spiele wieder so ein bisschen die Kurve bekommen. Haben auch sehr überzeugend jetzt agiert. Und da wollen wir natürlich dranbleiben. Die Bayern wieder in Form. So wie im Hinspiel, als Eindhoven locker mit 4 zu 1 besiegt wurde. Das vorzeitige Weiterkommen ist nun möglich. Der Gruppensieg aber bleibt das Ziel. Der Gruppensieg aber bleibt das Ziel.